Als ich nach Urkübing angekommen bin, ist die neue Schraube immer noch neben dem Boot zugelegen. Der neue Motor war immer noch an der Kette aufgehängt, bereit zum Einbauen. Ich habe damit angefangen, das Freibord zu polieren. Das macht man nicht nur, damit es schön aussieht, sondern auch, damit der Rumpf geschützt wird. Es wird nämlich mit einer Wachsschicht überzogen. Ich benutze zwei Komponenten-Politur. Zwischendurch habe ich dort die anderen Segler gesehen, was sie machen. Da wird jetzt ein wunderschöner Knarr mit Anti-Fouling beschmiert unter der Wasserlinie. Das muss man auch jedes Jahr wiederholen. Ich bin drei Jahre alt. Ich habe alle in Köpen. Ja, vor drei Jahren. Ja, und schlussendlich ist dort der Nils gekommen. Das ist der Mechaniker, der mir den Motor einbaut. Und morgen tue ich dann das Anti-Fouling unter der Wasserlinie aufstreichen. Das war's. Das war mein Bericht von meinem ersten Tag in Ulköbing. Das war's. 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 Gut. Untertitelung des ZDF, 2020